wir setzen die kampagne natürlich fort am guten morgens für im guten morgen zuerst mal ein schluss kaffee was muss das muss so mal schauen wo wir stehen geblieben sind irgendwo hier wow das stimmt wir können ja die insel verlassen aber irgendwas wollte ich noch machen genau die ziegelsteine und alles wegholzen und da fehlt noch ein feuer ein lager feuer so ansonsten ja wir haben alles soweit ziegelsteine tomaten brauchen wir noch die machen wir auch noch die pflanzen wir hier hinten an so da kommen tomaten rein und das lager dazu hier oben noch stoff müssen wir noch herstellen aber haben wir doch schon okay hier ist einiges noch nicht fertig gebaut interessant interessant na dann doppelt die geschwindigkeit mal machen ja die krokodile lassen uns in ruhe das ist sehr nice so da kann man jetzt hier drüben das nicht hier drüben auch alles weg machen was ist mit denen los keine deko im umkreis was schlechtes haus jahra ich würde gerne upgraden aber stoffziegel veredelte holzteile kriege also veredelte holzteile kriege ich doch gar nicht hin und wir brauchen noch ja unser altbekanntes pferde spielzeug da kann ich kein weg machen schön nicht so gut nicht zu aber damit so sehr schön ähm steinblöcke steinblock soll hergestellt werden dann mach das doch mal oh leuchte hab das ins lager reingebaut sich grad ha 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 alles klar ja gut ja gut ja das mit den appen haben jetzt auch erledigt so muss es sein was ist das ein nilpferd namens obelix nice roboterwerkstatt wollen sie haben das sind die aber das ist das ist der Moment, haben wir hier nicht schon einer? Nee. Das dahin, das da. Das da, Hammer, gut. Ähm, aus dem Lager dahin. Falls man was braucht. Oder auch nicht. Ansonsten, ja. Ähm. Kann man nicht, okay. Das soll aber da rein, nicht da rein. So. Wollen wir noch was für die Pferdchen. Einmal das da. Und einmal das da. Die Map ist aber schön groß. Man könnte sich richtig schön austoben. Das ist ein bisschen schief. Oh. Ja. Ich bin einfach so süß. Äh, das da wollen sie haben. Kriegen sie. Das Lager kommt dann dahin, das, 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 das und mehr dürfte das momentan nicht sein. Und den Leuten fehlt immer noch Deko, ich packe es ja einfach nicht. Oh, oh, wir können Ärzte machen, schön. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt schon irgendwas bringt, aber wir platzieren das einfach mal. Ähm, hier darf rein. Stahlrohling. Kupferrohling. Ähm, das, das. Das, 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 das und das. Äh, ja. Stoff, Stoff, Stoff. Hm. Haben wir noch irgendwas Neues freigeschalten? Nö. Schade eigentlich. Ähm, hm. Aber das Ding ist jetzt fertig. Genau. Da geht alles rein, das ist sehr gut. Steinschaufel, Herr Steff. Ja, dann mach doch mal, da steht schon alles drin für Limit 5 Stück. Ah, unser Kampfroboter. Ah, 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 ah. Da muss noch ein Weg hin. So. Hier liegt überall Ton rum, ne, das ist Kupfer. Stein? Genug zu tun? Oh, lol. Okay. Ich fühl's halt immer noch. Braucht Tee? Ja. Dann mach doch mal was dazu. Billardtisch. Ach du... Da einen hin. Und da einen hin. Bier, Brot, Pflaumentorten. Ach Gott, jetzt muss ich halt doch noch die Bäume machen. Okay. Da hin. Pflaumenbaum. Pflaumenbaum. Äh, das dann dort hin. Und da rein. Beziehungsweise dahin. Beziehungsweise dahin. Da soll das Holz rein. Hmm. 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 Deko wollen sie natürlich auch noch. Da müssen wir doch glatt mal lunzen, wo wir Deko anbringen können. Ja. Müsste reichen. Das müsste reichen. Ja. Genau. Ne Brauerei. Ne Brauerei. Ne Brauerei? Was ist das die hier? Ne Bäckerei. Oh Gott, wo setzen wir die denn hin? Oh Gott, wo setzen wir die denn hin? Oh Gott, wo setzen wir die denn hin? Oh Gott! Kack, Bluntop, ey. Soll es glücklich sein, ja. Oh, Mann. Wenn das jetzt so weitergeht, dann verlasse ich die Insel natürlich. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Die brechen das hier mal alles ab. Die kümmern sich gerade nämlich wirklich nur darum. Soll es. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Oh. Äh. Soll. So, jetzt müssten sie doch aber langsamer mit der Produktion anfangen hier. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja. Okay, du stellst erst mal gar nichts mehr her. Weil das gerade total creepy, was das bevorzugt wird. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. 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 Ah, okay, okay. Wow, fehlendes Material. Ich habe keine Steine mehr. Schön. Ich glaube, hier wäre man nicht mehr fertig. Für was ist eigentlich das Geld hier gut? Ah, für nichts. Schön. Oh Gott, es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Haufen Deko ist da. Die Produktionsstätten sind alle da für Sachen, die wir für die restlichen Häuser brauchen. Aber irgendwie wollen sie die Häuser nicht bauen oder die Sachen herstellen. Ich verstehe das nicht. Dann brechen wir hier oben auch mal alles ab. Ich würde sich doch jetzt mal einer breitschlagen lassen, um irgendwas herzustellen. Was darf da rein? Ich denke mal der ganze Stoff. Genau. Ich verstehe das nicht. Der steht hier sinnlos rum. Oh, man sollte vielleicht mal was auswählen. Ah, jetzt wird das auch hergestellt. Schön. Siegel werden da angenommen. Genau. Alles gerne. Aha! Ja! Wo kriege ich denn den Kack-Ton her? Äh, Ton. Rein da. Der wird da gelagert. Der wird da gelagert. Der wird da gelagert. Genau. Jetzt geht das Holz nämlich durch den solchen Steinlager. Das ist schon mal sehr gut. Stein. Das ist Kupfererz. Ich müsste Ziegel herstellen, damit die weiterbauen. Äh, ich bin mal gespannt. Hier ist Ton drin. Ja. Und natürlich Ziegelsteine. Äh, lol. Ja. Na dann. Die Ärzte ist fertig. Ja. 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 So. Na, endlich geht's voran hier. Jetzt sind nur die Brauerei und die Bäckerei. Oh, da haben wir den ersten Gold-Bahn, oder? Ja, Gold! Eine Metallwerkstatt. Äh, bla 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 bla. Moment mal, ähm... Da brauchen wir doch das Lager hier eigentlich nur erweitern. So. 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 Irgendwo werde ich noch ein riesengroßes Allgemeinlager hin pflanzen. Ich muss nur gucken, wo. Ich muss nur lunzen, wo. Ja, Steinblock, Kupfer. Kupferblock, ja. Das kommt ja alles aus dem und dem Lager da rein und geht dann von dem aus hier ins Lager. Genau, dann können wir aber das auch so machen und so machen. In der Hoffnung, dass da was passiert. Ne, nicht markieren. Aber wir haben auch wieder mehr als genug Steine, so wie es aussieht. So, sit. So. Machen wir die hier weg. Dann kann ich nämlich hier drüben alles miteinander verbinden. Genau. Genau. So. 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 Komm, ein paar Steinchen fehlen noch. Na komm, die zwei Steine kriegt er doch noch hin. Na gut, ich ess nicht, nimm uns zu uns. Ich bin ja jetzt, nimmst du an. So. 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 Ich bin ja. So. So. S. Ähm, das war die. Das wird hier drin gelagert. Genau, sehr schön. forr das wird hier drin gelagert. Und jetzt das ist es so schön. So, so ein Schiffsdingsbums. Ach du Heimat, da war es nie alles dazu gekommen. Ja. Ja. Die wollen den Hafen, da ist er. Den man nirgends verbauen kann. Schön. Ach wie toll. Habt der Pech, kriegst du keinen. Äh, benötigt zur Herstellung von elektronischen Komponenten. Ey, ganz ehrlich, das Ding bauen wir jetzt. Ach nee, stopp mal. Dazu brauch ich dann Förderbänder. Und damit hab ich noch keine Erfahrung. Da müssen wir halt wirklich mal gucken. Oder wir bauen das dann im nächsten Schritt. Äh, Baustein. Und jetzt mit dem Baustein werden nämlich die zwei Sachen gebaut. Schön, schön. So muss es sein. So, dann lassen wir jetzt erst mal ganz in Ruhe alles produzieren. Ich mach jetzt meine kurze, oh, was ist jetzt? Fünf Minuten kurze, ähm, ich mach jetzt eine zehn Minuten Pause. Ich muss grad, ich sehe auf der Uhrzeit, ähm, Telefonat führen. Ich lass so lange hier alles weiter rattern. Und wir hören uns gleich nach der kurzen Pause wieder. Bis zum nächsten Mal.